Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Der aktuelle WWF-Report gibt alarmierende Einblicke in den Zustand der globalen Wildtierbestände und zeigt einen dramatischen Rückgang in vielen Ökosystemen. Laut den Forschern sind die Bestände von Wildtieren in den letzten Jahrzehnten durchschnittlich um 68 Prozent geschrumpft. Dies sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter Habitatverlust, Klimawandel und illegale Jagd. Die Studie bezieht sich auf Daten aus 50 Jahren und umfasst mehr als 31.000 Populationen von 5.200 Arten. Die Autoren des Berichts betonen, dass diese Entwicklung nicht nur die Tiere selbst betrifft, sondern auch die Gesundheit der gesamten Ökosysteme gefährdet. Ein Rückgang der Artenvielfalt hat weitreichende Folgen, da verschiedene Arten in einem komplexen Netzwerk miteinander verbunden sind. Der Verlust von Beständen kann daher zu einem Dominoeffekt führen, der die Stabilität ganzer Ökosysteme infrage stellt. Besonders betroffen sind laut dem Bericht die tropischen Regionen, wo der Rückgang der Wildtierbestände am stärksten ausgeprägt ist. Hier sind die Bestände um bis zu 94 Prozent eingebrochen. Die Forscher vertreten die Ansicht, dass menschliche Aktivitäten wie Abholzung und Landnutzungsänderung entscheidende Treiber für diesen Rückgang sind. In vielen Fällen gehen diese Veränderungen mit einem Verlust an Biodiversität einher, was die natürlichen Lebensräume der Wildtiere erheblich gefährdet. In dem Bericht wird auch auf die Rolle des Klimawandels eingegangen, der zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Veränderungen im Klima beeinflussen die Lebensräume und Verbreitungsgebiete vieler Spezies, was zu einer weiteren Gefährdung führen kann. Die Wissenschaftler fordern daher dringend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels sowie zum Schutz und zur Wiederherstellung von Lebensräumen. Die Autoren des WWF-Reports rufen erstmals dazu auf, dass internationale Politik und Naturschutzmaßnahmen verstärkt zusammenarbeiten müssen. Ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl den Schutz von Tierarten als auch die Erhaltung ihrer Lebensräume berücksichtigt, sei von entscheidender Bedeutung. Nur so könne die auf Kollaps zusteuernde Situation der Wildtierpopulationen eingedämmt werden. In Anbetracht der alarmierenden Befunde appellieren die Wissenschaftler an die Regierung, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um die Ursachen des Rückgangs der Wildtierbestände zu bekämpfen und einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen zu fördern. Die Zeit dränge, so die Schlussfolgerung des Berichts. Autorin Anita Farke, Donnerstag 10. Oktober 20. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.